Herzlich Willkommen zum Karrierekick in Bonn. Hier lernen sich Schüler und Unternehmer sich spielerisch am Tischkicker kennen und kommen so locker ins Gespräch. Also die Stimmung hier im Karrierekick in Bonn ist sehr ausgelassen, sehr locker. Das ist schon so ein Icebreaker, dass man halt vorher erst mal miteinander kickert. Weil man hier einfach eine lockere Stimmung hat, sehr unterhaltsam so mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das macht meines Erachtens den Karrierekick aus und ist was komplett Neues, was wir hier noch nicht hatten. Die Gespräche, die wir heute geführt haben, waren durch die Bank weg sehr positiv. Wir haben viele nette Menschen kennengelernt. Also der Karrierekick ist auf jeden Fall deutlich lockerer und nicht so steif, wie man die konventionellen Berufsmessen kennt. Da kann man halt quasi zielgerichtet über die Wünsche der jeweiligen Personen sprechen. Man kommt viel einfacher durchs Kickern ins Gespräch und kann dann am Stand noch tiefer ins Thema einsteigen. Ich wünsche, ich hätte es damals zu meiner Zeit auch so gehabt. Da sollte man auf jeden Fall weiter an der Fläche ausbreiten. Probiert es einfach aus und seid einfach mal mit dabei. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn auch du spielerisch neue Azubis gewinnen möchtest, dann melde dich jetzt an! Musik 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 Vielen Dank.